Ich habe keinen Text überlegt. Achso, hallo? Erstmal habe ich den Computer auf. Ich weiß, das ist natürlich nicht mein Name. Ah, ich lerne das gleiche Recknen. Ja, schon früh. Aber erst mal verrate ich nicht. So. Also erst mal einster Test. Ich glaube die Videoqualität ist okay. Ich kann auch ein anderes Video machen. Scheiße. Fuck. Ich kann euch einfach machen. Ich habe einen dritten Schraub. Ich bin in der Tür. so am und um und also das ist im Das haben wir für euch in das Video. Und bis zum nächsten Mal. Ich werde noch ein paar Videos von meinem Urlaub in den Sommerunterladen. Das ist ein Alter. Ich habe auch noch einen Planung.